So, ja ihr seht jetzt hier irgendwelche Vereine und ja, damit herzlich willkommen zu dem neuesten Video auf diesem Kanal, denn heute losen wir immer aus, wer hier in der Let's Brash Bundesliga hier, ja das Video kommt auf Let's Brash und auf meinem Kanal, aber damit halt das Projekt von Let's Brash nochmal so ein bisschen angeheizt wird, ja. Ja, denn wir von Let's Brash, beziehungsweise ich werde hier am 10.8. streamen die Spiele für Let's Brash und am 11.8. meine Spiele, aber dazu komme ich nochmal in einem anderen Extra-Video zu sprechen. Ja, am 10.8. streame ich auf http.twitch.tv slash let'sbrash.tv und ja, da werde ich dann diese Spiele hier streamen, die wir jetzt auslosen und ganz einfach, der Sieger davon kommt in die erste Let's Brash Bundesliga und der Verlierer davon kommt in die zweite Let's Brash Bundesliga. Das heißt, mal sehen, ob euch die anderen irgendwie dazu noch motivieren kann, mitzumachen. Ja, auf jeden Fall werde ich auf jeden Fall diese Spiele kommentieren und ja, mal sehen, wie das hier so abläuft. Wir sehen hier die Spiele, ach ja, ich muss noch schreiben für Let's Brash, für Let's Brash, Let's Brash TV, so, einfach abgekürzt, so. Okay, dann, sag ich mal, beginnen wir mal. Das erste Spiel des Abends, ach ja, und ich werde um ca. 15 Uhr streamen. Amina Bielefeld. Amina Bielefeld. Gegen. Warte, 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 ich überlege gerade, ob Bielefeld. Bielefeld, mein Bielefeld war in der ersten, in der zweiten Liga. Bielefeld, zweite, und nachher, die sind ja in dem Jahr, sind die ja aufgestiegen. Okay. Leckt mich. Genau in dem Moment muss das scheiß Farbschema kommen. So, Bielefeld gegen Köln. Und ich weiß, dass ich Bielefeld nicht aus der Liste rausgetan habe. Deswegen, das nächste Mal, wenn wir Bielefeld bekommen, dann werde ich sie aus der Liste raustun. So, remove. Zack. Das zweite Spiel. Gläuter führt. Gegen. Borussia Dortmund. Und. Und. So. Wischen. Zack. Hannover 96. Trifft auf. Ich habe die nicht rausgenommen. Gut zu wissen. Warte mal. So. So. Hannover 96 trifft auf. Eintracht Braunschweig. Und ja, ich werde jedes Stream an den Tag, äh, ich werde jedes Spiel an diesem Tag streamen. Und mal sehen, ob ich die dann auf Let's Brash hochladen werde. Ja, sehr wahrscheinlich werde ich die dann im Nachhinein auf Let's Brash hochladen. Eintracht Frankfurt. Gegen. Gegen. Komm, FSV. 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 Na, es ist Paderborn. Und das nächste Spiel. Der Hamburger Sportverein trifft auf. Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach. Das kann cool werden. Hamburg oder Gladbach in der zweiten Liga. In der zweiten Brash Liga. gegen FSV Frankfurt. SV Sandhausen. Trifft auf. TSV 1860 München. Ich glaube, ich kenne da so einen, der sich gerade so innerlich freut. Dass München dabei ist. Also sehr wahrscheinlich in der ersten Liga. So, Schalke 04. Trifft auf. Und dadurch kann halt auch die Ingolstadt. Schalke gegen Ingolstadt. Und ja, mal sehen, ob ich irgendeinen finde, mit dem ich die Spiele dann entweder selbst spiele. Oder halt, wenn ich keinen finde, dann simuliere ich die halt. So. Mainz 05. Mainz 05. Und dadurch finde ich es halt so nochmal umso cooler. Weil es können halt zwei Teams sein, die eigentlich beide in der ersten Liga gehören. Wie typisch Hamburg und Gladbach. Und eins von den beiden muss halt in die zweite Liga. Und da ist halt so das Coole dran. Und deswegen finde ich das so richtig klasse. Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf. Gegen. Werder Bremen. Fortuna Düsseldorf gegen Werder Bremen. Ja, ich muss mal gucken, ob ich hier vielleicht nicht irgendein Team doppelt habe. TSG 1860... Äh, 18... 1899 Hoffenheim. So, löschen. Trifft auf. Hertha BSC Berlin. Fröd Machine. FC Augsburg. Ja, mann und ich. Spielt heim. Und spielt gegen. VfL Bochum. VfL Bochum. Die nächste Partie lautet. FC Bayern München in der Allianz Arena. gegen... 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 Deine VfB Stuttgart. Und was wäre das, wenn der FC Bayern München in der zweiten Brashliga wäre? Ja, das wäre so klasse. Der FC Kaiserslautern. gegen... 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 Wolfsburg. Der FC Kaiserslautern gegen Wolfsburg. Freiburg. Freiburg. Freiburg oder Union in der ersten Liga. Bielefeld haben wir schon. Ja. Rasenballsport Leipzig. Spielt heim in der Red Bull Arena. Gegen. Oder im Red Bull... Nee, in der Red Bull Arena heißt es. Nee, dann haben wir da... Sportverein haben wir schon. Oder? Ja. Gegen den Karlsruher SC. Ich guck grad. Ja. Rasenballsport Leipzig oder Karlsruhe. Na, bleiben nicht mehr viele Teams über. Viele Teams. Nürnberg. So, warte mal. Ähm. Wien haben wir denn jetzt? Äh, haben wir schon Heidenheim? Nein, haben wir Duisburg? Äh, das war ein bisschen, das war ein bisschen, das war ein bisschen, das war ein bisschen. Nein, 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 nein. Okay. Hallo? Sicher, Patrick? Äh, guck nochmal nach, guck nochmal nach. Tutututu. Okay. Nürnberg. Nürnberg. Gegen Duisburg. Und das heißt, die letzte Partie findet wo statt? Findet sie in Darmstadt oder findet sie in Heidenheim? Ja, sie findet in Darmstadt. Darmstadt gegen Heidenheim. So lautet die letzte Partie des Tages. Hier nochmal die Spiele. Unten in der Videobeschreibung stehen die alle nochmal. Und ich würde dann einfach mal sagen, wir sehen uns dann einfach bei dem nächsten Mal wieder. Ciao Leute und hau rein. fordest du屯'. Das ist ja müde. Bis mal andere. Den vocês trembercum.